hallo ihr lieben meine treuen zuschauerinnen von bye bye beauty ich lese euch heute wieder einen teil vor aus dem roman und zwar ist jetzt jenny in hollywood klar und sie hat ja auch mit wego einen abend verbracht und nun ist der nächste tag und er hat sie abgeholt und sie fahren in sein haus und was sie da so erlebt und was sie da so machen es ist ein bisschen romantisch das lese ich euch heute vor hollywood im gegensatz zu den vielen großen willen war wigos domizil er bescheiden angelegt und passte zu ihm sie stiegen aus jenny nahm ihre fotoausrüstung vom rücksitz und lief hinter ihm her jetzt betrachtete sie sein haus bewusster als am tag ihrer anreise hereinspaziert meid ihr sie trat durch die lichtblaue klassizistische flügeltür betrachtete den dunklen holzboden und die in weiß gestrichene treppe mit dunklem handlauf die anscheinend in den schlafbereich führte am treppenaufgang hing ein neo expressionistisches großflächiges gemälde total von der rolle und überrascht fragte sie ist es von julien schnäbel und hoffte insgeheim dass ihr kennerblick sie nicht trügte ja ich liebe seine kunst also vor nicht allzu langer zeit hatte er eine ausstellung in frankfurt und ehrlich gesagt ich war hingerissen er ist neben picasso und tamara de lempica mein absoluter favorit ein genie das ist er in der tat ich kenne ihn ganz gut da war er wieder der moment klar dass vigo ihn kannte möchtest du mir jetzt alles zeigen fragte sie doch etwas eingeschüchtert na dann komm mal mit sagt er einladend und jenny folgte ihm das haus beherbergt vier schlafzimmer mit jeweils einem bad erzählt er bevor sich jenny im großen wohnbereich genauer um sah also also das ist entfuhr es ihr anerkennend das ist einfach fantastisch jenny hatte das gefühl als befände sie sich in picasso's atelier in südfrankreich also hier sagte er bin ich am liebsten um zu arbeiten dieser raum mit seinen hohen zur seite aufklappbaren flügelholz fenstern den grob verputzten wänden den backsteinkamin den etwas schäbig aussehenden perser teppichen und den zwei großen dunkelbraunen vintage leder sofas und der davor stehenden alten holztruhe auf dem sich unzählige bücher stapelten verströmte des bohemien vollends große und kleine staffeleien mit darauf stehenden bildern farbtöpfen studiolampen und sonstige mal utensilien rundeten das ganze harmonisch ab jenny wusste gar nicht wo sie zuerst hinschauen sollte überall kunst auf kleinen tischen standen skulpturen und krüge mit pinseln wild durcheinander auf stühlen und hockern befanden sich teller mit farbklecksen und überall bilder bilder an den wänden hängend oder einfach nur so dahingestellt sag mal vigo bist du sicher dass ich hier im richtigen haus bin fragte sie musste lang ja das bist du in meiner freizeit male ich gern und lasse auch alles so rumliegen mein kreatives chaos wenn du so willst ohne dass ich nicht leben kann verstehe sagte jenny kleinleut sie war völlig hingerissen von diesem mann der sich als maler und kunstliebhaber entpuppte in diesem raum hatte er alle fundstücke zusammengetragen die er liebte ach übrigens ja jenny drehte sich direkt zu ihm hin kerzengedöns und so räucherstäbchen das wirst du hier nicht finden nein hinterfragte sie gespannt was er darauf antworten würde also weißt du bei zu viel romantik renne ich schreiend davon du verstehst schon ne also wenn ich es mir richtig überlege passt das auch gar nicht zu dir der kamin ist romantik genug also bevor du jetzt anfängst lass uns einen espresso trinken ja beide gingen in die küche und doch hier staunte jenny nicht schlecht der absolute blickfang bildete die mexikanisch grüne wandfarbe an der zwei rustikale holzbrette befestigt waren darauf standen gläser flaschen und tonschalen die wand hinter dem großen altmodisch aussehenden aber doch modernen gasherd war in schwarz weiß gefließt und erinnerte jenny an ihren küchenboden in berlin sie musste schmunzeln es gab anscheinend neben der malerei noch andere parallelen zwischen ihnen was ist denn fragte er amüsiert weißt du wie gut begann sie das ist alles so schön und mir geht ehrlich gesagt das herz auf das freut mich ich hoffe oder ehrlich gesagt ich hoffte dass dir mein geschmack gefällt und du nicht die protzige hollywood villa erwartet hast nein eigentlich hatte ich gar nichts erwartet ich wollte mich überraschen lassen aber das hier und dabei machte sie so eine rundum geste also ich würde dann haus sofort mieten jenny du kannst bleiben er machte eine kleine pause das weißt du jenny nickte und setzte sich an den küchentisch auf einen der abgerockten barocken gepolsterten holzstühle im löd des 16 stil mit der hand strich sie gedanken verloren über die tischplatte hinweg übrigens diese marmortischplatte ja die hat auch ein vorleben jenny sah ihn fragend an ja sie diente als terrassenboden im museum of modern art in new york echt jetzt naja ich will ja nicht angeben dachte nur dass diese information sich für deine recherche ganz nützlich erweisen könnte na und ob naja und das rustikale spülbecken ist aus neuer england ich sehe schon dein sinn für interieur design ist wie das komponieren einer sinfonie von sinneseindrücken die farbauswahl inklusive das ist ein sehr schönes kompliment danke weißt du jenny ich umgebe mich gerne mit dingen die eine geschichte haben jenny sah auf dem herd eine espresso kanne stehen hey platzte es spontan aus ihr heraus du hast ja auch so ein altmodisches teil ich mag wie du das beständige und folge nie etwas anderem als meinem eigenen instinkt mitunter gerate ich in versuchung aber dann denke ich mir back to the roots ich sage nur handarbeit espresso kommt sofort jenny sah ihm dabei zu und durch die geöffneten fenster wehte warme luft aus dem garten in die küche hinein du we go er sah sie bedeutungsvoll an wie soll ich es sagen also dass ich hier in deiner küche sitze du mir ein espresso machst und wir miteinander reden ist einfach der wahnsinn findest du ja ich bin ein glückskind sagte sie hoch erfreut na dann komm mal du glückskind forderte er sie auf und balancierte die espresso tassen noch nach draußen sie setzten sich beide an einen langen tisch der den mittelpunkt des einliegenden patios bildete die verwitterten gartenstühle mit dick gepolsterten naturfarbenen kissen luden zum verweilen ein eine hohe wand mit tief herunterhängender bougainville schützte die terrasse vor fremden einblicken und bot einen bezaubernden anblick kann ich jetzt schon ein paar fotos machen weißt du das licht im hof ist geradezu gut und du siehst so entspannt aus gerne wir sind schnappschüsse auch lieber als solche auf denen man so krampfhaft irgendwo hin drapiert wird und bitte schön lächeln sollen jenny holte ihre kamera aus der tasche und legte los wego trank seinen espresso und rauchte dabei ein zigarillo als sie ihn durch die linse beobachtete machte ihr herz wieder diesen kleinen sprung und sie dachte leicht paranoid mann oh mann ich darf mich nicht in ihn verlieben als ob er ihre gedanken lesen konnte schaute er sie direkt aus seinen blauen augen an seinen mund umspielte ein warmherziges sexy lächeln und jenny musste den blick kurz von ihm abwenden hektisch blies sie sich eine ins gesicht gefallene haarsträhne aus der stirn und dabei entfuhr ihr ein leichter seufzer sie wusste nicht ob er auch dieses flirren das zwischen ihnen in der luft hing bemerkte sie konzentrierte sich weiter und schoss noch ein paar bilder von dem schönen patio und dem schönen wicko zum espresso rauchte jenny eine zigarette und kamte dabei in ihrer großen handtasche herum schrecklich sagte sie mehr zu sich selbst egal ob groß oder klein mit handtaschen hat man immer so ein wer sucht der findet erlebnis strahlend legte sie eine packung tobleron auf den tisch schokolade in der prada das hat stil nervennahrung und zum espresso perfekt sie öffnete die packung und hielt sie ihm hin wicko nahm ein stück und jenny tat es ihm gleich kaffee und schokolade eine himmlische kombination wicko nahm noch ein stück tobleron und setzte hinzu rotwein und ein cigarello ebenfalls apropos rotwein dazu ein stück dunkle schokolade ein gedicht ich sehe schon du bist eine feinschmeckerin ja sagte sie leicht gedehnt ich koche auch ganz gut davon musst du mich überzeugen kein problem aber lass uns noch ein paar fotos machen ja na gut dann gehen wir mal in die heiligen hallen jenny nahm ihren fotoapparat und folgte ihm und folgte ihm die treppe hinauf zuerst die gästezimmer ja sie betraten gemeinsam den ersten raum die hellblauen wände das aus holz geschnitzte betthaupt mit blaugoldenen verzierungen sowie der opulente bettüberwurf und die schweren granatroten vorhänge ließen sie kurz nach luft schnappen also das hätte ich jetzt nicht erwartet sagte sie überrascht und begutachtete noch die hübsche frisierkommode spanisch inspiriert sagte er knapp aber die bilder sind surreal ich mag stilbrüche na ich auch aber es sieht so sorry sehr weiblich aus in diesem zimmer dürfen nur frauen schlafen oh verstehe wicko versuchte charmant zu erklären dass in diesem zimmer nur besondere weibliche gäste schlafen dürfen und jenny machte sich daraufhin so ihre gedanken irgendwie bemerkte ihren stimmungsknick obwohl das eigentlich blödsinn war sie war nicht geknickt jedenfalls beendete er die etwas peinliche situation in dem er sagte hier solltest du eigentlich schlafen oh sagte sie schon wieder naja also das ist eine überlegung wert dieses zimmer ist wirklich sehr schön und das bad ist auch hier keine spur von minimalistischen einrichtungsstil hier herrschte vintage mit liebe zum detail die freistehende badewanne unter einem baldach hin der üppig dekorierte waschtisch mit flakons handspiegel und richtiger seife der wunderschöne ovale badezimmerspiegel in zartem beige und nicht zuletzt die absolut authentischen armaturen machten aus diesem bad ein traumbad beim anblick des flauschigen teppichs auf dem alten dielenholzboden und dem in einem puderton überzogenen sessel konnte jenny nicht mehr an sich halten wego das ist kein bad nein amüsierte er sich nein das ist vielmehr ein ort zum träumen und verweilen und das für stunden sie setzte sich in den sessel ach weißt du ich dachte beim einrichten an den stil der 40er jahre du weißt schon die zeiten von swing casablanca und rebecca jenny heuchte auf und musste an joan denken sie sagte und du willst mir erzählen dass du keine romantische ade hast erzielte sich ein wenig naja für andere irgendwie schon auf jeden fall für meine gäste die sollen sich ja wohlfühlen es versetzte einen kleinen stich da sie automatisch an die weiblichen überraschungsgäste dachte und stand schnell wieder auf also die anderen beiden gästezimmer sind wirklich puristisch eingerichtet männern kann man ja so viel romantik gar nicht zumuten also du meinst den minimal schick ein bett ein schrank eine dekorative lampe ja unter dem motto weniger ist mehr jenny schaute sich um die naturfarben waren dezent ausgewählt ein schlichtes bett bildete das zentrum eines jeden raumes als nachtische dienten simple holzhocker die wenigen accessoires waren sorgfältig ausgewählt und platziert hier zählte individualität und charakter dinge wie seine bilder die man immer wieder anschauen konnte und die den überreizten sinnen guttaten die weichen stoffe die edle bettwäsche und der hochflorige teppich sorgten für eine sinnliche wärme diese sparsame einrichtung erzielt eine ausgesprochen extravagante wirkung genau das war ja der sinn ich wollte für meine gäste eine überschaubare wohnwelt erschaffen die beruhigend wirkt dem konnte jenny nur beipflichten und nun er schaute sie kurz an mein master bedroom das war wirklich alles sehr intim und sie war ihm unendlich dankbar dass er ihr einblicke in seine privatsphäre gewährte er öffnete eine tür und jenny trat in sein heiliges hinein mit einem kurzen rundumblick nahm sie alles in sich auf dielenboden ein großes stabiles king size bett schiefergraue bettwäsche holzbalken unkonventionelle nachttische in form von holzblöcken ein schnäbel gemälde ein flatscreen und dann sah jenny noch etwas das bild welches sie ihm geschenkt hatte stand direkt gegenüber vom bett das hatte ich ja ganz vergessen rief sie hoch erfreut und du hast es hier aufgestellt so habe ich dich immer in meinem schlafzimmer sagte er so als wäre sie ein teil seines lebens wohingegen jenny bei dieser bemerkung leicht nervös wurde und ein fernseher rief sie ablenkt ich finde fernsehen macht eigentlich dumm ich gucke hier nur filme nur im bett nur im bett er ist anders dachte sie definitiv anders als diese typischen hollywood promis ermalt und ist ein begnadeter schauspieler mit dem quäntchen extremismus einen bodyguard hatte er anscheinend auch nicht jenny lugte noch schnell in sein badezimmer hinein auch hier ließen die einfachen formen und die sachliche gestaltung seine neigung zum minimalismus erkennen eine gemauerte dusche eine badewanne das waschbecken aus irgendeinem naturstein welches auf einem rustikalen holzelement montiert war die weißen handtücher ein holzstuhl ein simpler spiegel und natürlich ein gemälde hast du auch ein ankleidezimmer naja ist eher so eine kammer das reicht für mich willst du dir auch sehen gerne ist aber total unspektakulär jenny besah sich seine besagte kammer also so klein war sie nun auch wieder nicht hey was ist das denn rief sie erstaunt aus das ist mein kostüm als aragon ja ich trug dieses teil tag und nacht ich schlief und schwitzte darin du bist eben authentisch dabei schaute sie ihn fast ein bisschen zu verliebt an nach jenny ich habe auch meine marken ehrlich dabei zwingte sie ihm zu kann ich mir gar nicht vorstellen nun ich bin schlampig und ohne meine perle würde ich im chaos versinken du meinst du sein ja sie heißt claire aber du hast recht sie sieht ein bisschen aus wie sie und ich bin einzelgänger gehe nicht auf partys weil ich nicht weiß was ich dort reden soll und ich liebe er zurückgezogen du bist eben ein Mann voller geheimnisse naja wie man es nimmt und nun also willst du die fotos jetzt machen oder wollen wir zur abwechslung was essen wie gut der erste eindruck ist immer der beste und den möchte ich gerne festhalten soll ich dich allein lassen sie überlegte also wenn es dir nichts ausmacht würde ich dich ganz gerne dabei haben gut legen wir los kurzerhand machte sich jenny über die zusammenstellung der motive und der szenerie gedanken und darüber dass sie auch ohne viel ausrüstung stimmige bilder gelangen eine kamera und ein aufsteckblitz mussten genügen um den fotos auf die zusammenstellung der verschiedenen bild elemente zu legen normalerweise arbeitet man natürlich mit viel mehr equipment aber manchmal und das machte einen guten fotografen aus war weniger mehr sein haus und wiko natürlich selbst boten die perfekte bild symphonie eine korrekte ausleuchtung gelang ihr mit hilfe eines belichtungsmessers und den unterschiedlichen entfernungen und lichtverhältnissen konnte mit verschiedenen objektiven begegnet werden was ein satz ein stativ zum fotografieren bestimmter posen mit ihm hatte sie da hatte sie dabei und leinwände für den hintergrund gab es in seinem atelier genügend jenny fotografierte nun das gesamte haus mit und ohne wiko und obwohl es nur eine kleine weile dauerte bis jenny ihre alte professionalität zurückgewonnen hatte gewann hatten sie unglaublich viel spaß miteinander immer wieder rief sie sich in erinnerung was für ein glück sie doch hatte wiko überhaupt vor der kamera zu haben und das brachte sie manchmal etwas aus dem gleichgewicht sie war sich nicht sicher ob er ihre anspannung bemerkte auf jeden fall vermittelte er ihr ein gefühl bei der arbeit dass sie sich zeit nehmen kann die sie brauchte und allein das war entscheidend du wiko sag mal wer ist dir recht wenn wir vielleicht morgen weitermachen klar kein problem weißt du also allein dauert alles so ein bisschen länger okay wir hören jetzt auf du arbeitest schon seit stunden und zur entspannung gibt es jetzt eine margarita komm lass uns an den pool gehen bereitwillig folgte sie in den garten und war froh darüber dass er sie nicht unter zeitdruck setzte die am swimming pool angebrachte hängematte ludwahrhaftig zum ausruhen ein jenny legte sich hinein und betrachtete den in sandstein eingefassten pool also ich gehe da mal die cocktails mixen ja schön sagte sie war sonnen und ihr blick blieb an einem mannsruhen baumstamm hängen er wirkte wie eine moderne skulptur der von bananenstauden und palmen umgebende wunderschön gemauerte wundet essbereich im freien mit seinem dach ausgetrockneten palmenblättern bot schatten und schutz vor der heißen sonne kaliforniens beko kam mit zwei großen margaritas zurück jenny erhob sich etwas kompliziert aus der hängematte und hoffte dass diese aktion nicht allzu unbeholfen aussah immerhin war das gar nicht so einfach wenn man dabei noch beobachtet wurde jetzt lachen nicht rief sie im schatzhaft zu das alles reine übungssache auf dicken matratzen im freiluftsalon herumlümmelnd tranken sie ihre margaritas und jenny schaute verzückt auf den deckenventilator ich danke dir von herzen sagte sie nicht doch übrigens meine freundin nennen mich einfach nur weg okay weg prostete sie ihm zu dann legte sich eine geheimnisvolle stille über die beiden einzig und allein der luftzug des ventilators war zu hören magst du noch mehr davon fragte er und deutete auf ihr nunmehr schon ausgetrunkenes glas ja gerne wiko stand auf und kam nach kurzer zeit mit neun cocktails zurück jenny trank einen schluck plötzlich nahm er ihr glas stellte es ab und küsste sie jenny sank in die polster und ließ sich von wickung bis zur besinnungslosigkeit küssen ihr puls raste und sie wollte nicht denken aber sie dachte doch wie kann es möglich sein dass er so auf mich reagiert ich bin jenny aus berlin eine arbeitslose fotografin die sich wie ein teenager benimmt ihre selbst zweifel dass das alles nur ein kurzes intermezzo sein konnte beiseite schieben sagte sie plötzlich ich habe schrecklichen hunger setzte sich auf und lacht herzerwärmt du bist wirklich herrlich ehrlich gesagt bin ich nervös und beschwipst okay ich ganz schnell ein paar steaks braten gut lass uns nachschauen was der kühlschrank noch so hergibt sie sprang auf und wiko sah ihr lustig hinterher wie sie in der küche verschwand während wiko sich am grill zu schaffen machte zauberte jenny noch schnell eine tomaten avocadosalat dazu nach dem essen räumte sie die teller in die küche und wusch auch gleich ab eine spülmaschine besaß er nicht irgendwie sympathisch dachte sie aus einer tonschale jenny tippte auf mexican style entnahm sie zwei reife mangos geschickt schnitt sie die mangos in hälften gravierte mit einem kleinen messer mit einem kleinen spitzenmesser ein paar kerben hinein stülpte sie um und legte sie samt löffeln auf zwei kleine dessert teller du ich habe uns noch nachtisch mitgebracht gute idee aber auch eine etwas klebrige sagte jenny während sie das fruchtfleisch genüsslich in den mund schob die mango ist bei den hindus eine götterfrucht aha dabei legte sie mit der zunge über ihre lippen noch heute wird sie als opfergabe wegen ihrer göttlichen süße dargeboten also wir essen jetzt eine götterspeise also wenn du so willst ja komm jenny gib mir einen göttlichen kuss sie küssten sich mit klebrig süßen lippen und konnten nicht voneinander lassen sie befanden sich im rausch der sinne und sagten nichts einzig und allein ihre blicke ließen sie immer und immer wieder einander küssen jenny hatte schon jahrelang nicht mehr so geküsst und fragte sich warum man als paar irgendwann damit aufhörte sie fand darauf keine antwort weit nach mitternacht sagte jenny leise ich müsste dann mal ins hotel zurück verdutzte sie an naja also was ist fragte sie leise ich sag doch du bist eine gummigerin er stand auf willst du nicht doch bleiben eigentlich schon aber kein aber also ich sollte meine aura des mysteriösen irgendwie schon auf euch da halten zielte sie sich und machte dabei diese schnute das ist ein argument und nun verdammt dachte jenny ich habe eine affäre mit einem traummann was soll's was wäre das leben ohne liebe in meinem kopf läuft ein film ab sagte er plötzlich und du bist der star jenny diese worte brachen sie nun völlig aus dem gleichgewicht und für diese leidenschaft warf jenny sämtliche verantwortung für sich selbst über bord und blieb bei ihm am morgen sah sie als allererstes in seine augen wie lange siehst du mich schon so an lange genug sagte er mit so viel zeitlichkeit in der stimme dass jenny wieder ganz heiß wurde sie rappelte sich auf und wollte aufstehen weg hielt sie zurück du ich gebe nur schnell die zähne putzen oh nein erst einen kuss sie gab ihnen einen leichten kuss hast du eine zahnbürste für mich ja habe ich dir schon hingelegt mit einem luftkuss verschwand sie im bad der blick in den spiegel erfreute jenny immens strahlende augen strahlender tarn gut durchblutete lippen sie zwinkerte sich kurz zu und sagte laut botschaft für heute der tag danach sie fühlte sich voller energie dynamisch und jung unter der dusche prasselte das wasser auf ihrem körper herab und sie dachte dass sie heute noch ein paar fotos schießen würde und dann müsste sie wirklich ins hotel zurück vielleicht hätte wick ja in den nächsten tagen zeit für sie beide und wenn nicht könnte sie trotzdem noch ein paar tage hier in la bleiben das wetter war traumhaft und sie war noch nicht bereit sich ihrer ehemisere zu stellen vielleicht kam sie in den sinn könnten tom und sie wirklich freunde werden doch bevor es zu kompliziert wurde hielt sie das gedankenkarussell an und trocknete sich ab im schlafzimmer zog sie das hippie kleid über und ging barfuß hinunter in die küche mhm wie das duftet rief sie freudig erregt also ich dachte ein gutes frühstück nach dieser nacht erzwinkelte ihr dabei zu deshalb gibt es eier mit speck und du ja also du siehst heute morgen besonders schön aus das macht der sex purzelten die worte aus ihr hervor und sie erschrak sofort großer gott was rede ich denn da wiko sah sie beglückt an ich liebe es wie du sprichst also mein holpriges englisch und der akzent ja das ist total süß so wie du das alles so umschreibst wenn dir die worte fehlen jenny machte so eine naja dann ist ja alles gut gehst und fragte gibt's noch kaffee machst du den ich will genau so einen haben wie in berlin jenny freute sich dass sie auch etwas tun konnte und sagte geschäftigt kriegst du mit ganz viel liebe bitte inhaltend fasste sie all ihren mut zusammen sag mal wick was wird das hier ich weiß nicht aber es ist gut gut wiederholte sie also wenn es gut für dich ist okay dann ist es auch gut für mich im selben moment als sie die worte aussprach dachte sie was für ein schwachsinn rede ich da eigentlich und fasste sich dabei kurz an die stirn jenny sagte er in einer stadt wo es nicht um die liebe geht sondern nur ums vorwärts kommen ist das was mit uns passiert einfach wunderbar im grunde genommen fing es ja schon in berlin an richtig und du bist zu mir gekommen hierher in diese verrückte stadt wo es leuten wie mir unmöglich ist eine normale frau kennenzulernen normale frau hinterfragte sie schon etwas erstaunt also verstehe mich bitte nicht falsch ich meine man ist umringt von menschen die alle irgendwas von einem wollen naja ich wollte ja eigentlich auch was das ist was anderes außerdem habe ich dir das angeboten ich will damit sagen wie froh ich darüber bin dass du in meine arme gefallen bist du meinst wohl eher die vor die füße gefallen jenny du bist wirklich witzig und genau das gefällt mir nach einer kleinen atempause fügte er noch hinzu du bist eine frau wie ich noch nie eine kennengelernt habe einfach anders jenny freute sich über seine worte und doch sagte sie jetzt mal ganz ernsthaft weg du kannst jede haben will ich aber nicht ich will kein model und muss meinem alter auch keine junge frau entgegensetzen ich möchte mich unterhalten können er nahm sie in die arme jenny ich will eine richtige frau und kein botox junkie also hier in hollywood müssen frauen eben all diese verrückten sachen an sich machen lassen um bei den männern oder filmbossen überhaupt noch anzukommen also ich kann mir vorstellen dass dieser wettlauf gegen die zeit wahnsinnig anstrengend ist und noch etwas ich war ja auch schon auf dem trip ne wie du weißt jetzt fang bloß nicht damit an jenny das hast du absolut nicht nötig apropos nötig lenkte jenny geschickt das gespräch in eine andere richtung ich müsste noch ein paar fotos machen und dann zurück ins hotel fragen trug per eine augenbrau um deine sachen zu holen sie überlegte also also wenn ich hier bei dir wohne ist das ist das was na ich weiß nicht so recht das ist dann so ein verliebtheitsding nette umschreibung bist du nicht ein klein wenig verliebt in mich also nun verschlug es jenny die sprache natürlich war sie verliebt aber wie gesagt wick war ein star und jenny hatte angst sich zu weit aus dem fenster zu lehnen obwohl sie das in ihrem wiedergefundenen jugendlichen leichtsinn schon längst getan hatte willst du eine ehrliche antwort wick unbedingt ich habe angst von mir schau das ist alles so unwirklich du und ich das kann nichts werden jenny was hast du zu verlieren und schon waren ihre gedanken bei tom mistkerl und seiner fremdgeherei sie hatte nichts zu verlieren außer sich selbst vigo offenbarte sich plötzlich also weißt du das spricht jetzt nicht gerade für mich was ich dir sage begann er erschreckend ehrlich aber ich habe so ziemlich alles gefögelt was hollywood zu bieten hat und ich habe ehrlich gesagt die schnauze voll ach so und jetzt zur abwechslung meiner hausfrau nein oh mein gott so war das nicht gemeint ruderte er zurück und hielt sich plötzlich beide arme vor die brust gepresst außerdem bist du eine künstlerin und selbst wenn du eine kellnerin wärst es geht mir um dich jenny rums das hatte gesessen darauf gab es keine dementis und so sagte sie gut dann holen wir meine sachen schön unter einer bedingung die da wäre wieg mir gefällt das nicht was meinst du na du hast offensichtlich schmerzen woher weißt du das ich sehe es in deinen augen und an deinen gesten und das passiert immer wenn du dich aufregst du hast eine erstaunliche beobachtungsgabe jenny nahm seine hand und hielt sie an ihr gesicht ich mach mir sorgen musst du nicht du solltest mehr auf die signale deines körpers achten ich weiß ich sollte kürzer treten bist du in behandlung naja nicht wirklich du kennst doch männer also du lässt dich durchchecken und ich begleite dich ist das die bedingung jenny nickte so und jetzt wird gefrühstückt auch wenn wick oder so abtat es beunruhigte jenny schon die sache mit seinem intervallschmerz sie wollte sich um ihn kümmern und wenn nötig eigenhändig zum check abschleifen reicht der porsche fragte wick oder hast du einen großen schrankkoffer dabei die alte jenny wäre mit übergepäck gereist verkündete sie stolz die neue jenny ist mit einem kleinen koffer gereist haltet jenny neue jenny hauptsache überhaupt jenny sagte er also wie gesagt alles was wicko sagte und vor allem wie er es sagte erfüllte sie mit solch einer freude und verlangen nach ihm dass sie glaubte verrückt zu werden auch wenn die sache mit ihnen eine frage der zeit war gab es sie beide richtig und wahrhaftig stand er vor ihr und sah sie an ja wie eigentlich er sah sie an als gäbe es nichts schöneres als sie auf der welt und jenny schmiegte sich voller zärtlichkeit in seine arme hinein der porsche ist groß genug flüsterte sie langsam fuhren sie durch beverly hills und plötzlich rief jenny hoch erfreut halt bitte mal an er bremste was ist jenny zeigte auf einen pinkfarbenen rollator da rief sie aufgeregt und zeigte mit dem finger in richtung pink lady meinst du joan ja kennst du die beglächelte aber natürlich joan ist hollywood eine legende jeder kennt sie mit dem kopfnicken flichtete sie ihm bei klar ihr seid alle bestimmt eine große nette familie nein ganz so ist es nicht zu viel neid aber joan ist etwas besonderes ich liebe sie übrigens ich habe sie auch schon kennengelernt wie jetzt und das erstaunen seiner stimme war nicht zu überhören wir haben sogar schon zusammen eine tasse tee getrunken in ihrem haus sagte sie voller stolz also jenny ich muss schon sagen was also dir wohnt ein zauber inne der anscheinend nicht nur mich beeindruckt hat geschmeichelt über seine worte redete sie aufgeregt weiter dass joan sie nach dem weg gefragt hatte als sie alleine mit ihrem rollkoffer unterwegs war nachdem sie aus seinem haus geflüchtet war und du konntest ihr weiterhelfen naja ich hatte den schattplan von la dabei du bist so süß naja und dann habe ich mich hinten auf ihren rollator gestellt und wir sind losgedüst jenny ich finde dabei macht er eine kleine pause du findest was also ich finde du passt total nach hollywood du solltest hier bleiben ja ja mach dich nur lustig über mich komm fahr weiter als sie joan erreichten hielt wick an und rief hi joan wie geht's dir heute ach wick wie immer dann hielt sie kurz inne und sah erstaunt auf jenny bevor sie weiter sprach hi jenny das ist ja eine überraschung so schnell sieht man sich wieder höflich wie jenny war stieg sie aus dem wagen und drückte zur begrüßung ihrer hand ein leises lächeln huschte über joans gesicht ist das der mann aus dessen haus du geflüchtet bist jenny nickte und lächelte dabei wie ein kind joan hielt ihre hand immer noch fest also der ist wirklich ein toller kerl das kannst du mir glauben ich kenn mich mit männern aus unterdessen beobachtete wicko die beiden damen und rief amusiert hey was flüstert ihr denn da redet ihr über mich also männer können alles essen müssen aber nicht alles wissen gab joan zur antwort und wicko sagte das ist unsere joan so wie ich sie liebe hast du nicht lust auf eine kleine spritztour wie in deinem porsche na klar also mein lieber dafür bin ich zu alt um in deinem offenen sportwagen durch hollywood zu fahren jetzt mischte sich jenny ein unsinn sie setzte sich neben wicko und ich quetsche mich hinten hinein und mein gefährt also den rollator bringen wir zu dir nach hause und meine fönfrisur sie lachte dabei so charmant und hielt die hände schützend an ihren kopf gepresst ein tuch und eine sonnenbrille und schon ist die sache geritzt half jenny weiter joan überlegte und sagte schließlich na ihr seid mir vielleicht zwei überfallt mich auf der straße und wollt mich verschleppen komm schauen drängte wick weiter wann warst du das letzte mal raus aus beverly hills da sie nicht darauf antwortete hakte wick weiter nach siehst du dir fällt es nicht mal mehr ein daraus schließe ich dass es eine ewigkeit her sein muss erwischt sagte joan nun doch vergnügt gut machen wir eine kleine spritztour wick half ihr in den wagen hinein hiefte den rollator auf den rücksitz lief noch einmal um sein auto herum und blieb vor jenny stehen bin gleich wieder da und hol dich ab schönste der porsche ist eben doch keine familienkutsche das war jetzt ein kleiner einstieg in sein haus und dass sie sich also ein bisschen näher gekommen sind so ein bisschen also liebevoll näher gekommen sind und nun geht es rasant weiter ich vielleicht war es euch ich hoffe nicht zu langweilig dass ich so diese beschreibung des hauses also des interieurs aber darum geht es ja schließlich sie ist ja Fotografin und macht eine homestory und das muss ich euch ja darum muss ich ja dem leser so ein bisschen erklären was sie da eigentlich sieht und wie sie das aufnimmt und was das mit ihr macht ich wünsche euch immer einen tollen tag falls ihr am sonntag das schaut es ist ja sunday time ist ja lesezeit wünsche ich euch einen wundervollen sonntag schöne pfingsten und bis bald ciao 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 ciao